hallöchen willkommen zurück zu einem pack opening xxl und zwar habe ich von einem freund ich weiß nicht ob ich den namen nennen darf 20 euro gut haben für hardstone bekommen und habe mir dann karten gekauft und jetzt machen wir doch mal 23 pakete auf ich fange mit den klassischen und danach halt mit den komplett spieldingern wir gehen wieder so unter einem uhrzeigersinn schweigen windshorn überladung lässt einen befreundeten diener vom schlachtfeld auf eurer hand zurückkehren agentum kommandant ansturm und gotteschild und fügt einem diener einen schaden zu wenn der diener erhält plus zwei angreifen zwei schaden zu wenn das ziel ein befreundet oder dämonen ist erhält erstellen plus zwei plus zwei ziel jedes mal wenn ein befreundeter diener schaden erleidet ok guck hier aus dem deck aus die letzte die letzte ausweiten 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 die selten sind wohl immer unten rechts mein Auge juckt gerade ok Ok ganz kurz dann wir warten doch direkt hier weiter wieder hier oben scharf vielleicht noch aber plus 3 3 3 6 ich bin mal gespannt ob die seltenen hier oben sind ok das ist ja nicht schlecht Ich rufe 3 Rekruten herbei und lege einen 1-4-Wahrfall an. Er hält 1-1-1 und ihr erhaltet ein Ersatzteil auf die Hand, wenn ihr einen Meck auf dem Schlachtfeld habt. Oh, das ist ja nicht schlecht. Ah, der Nervodron. Könnt ich ja gleich mit euch zusammen ein Meck-Deck basteln. So, wir machen jetzt da, damit wir das epische Sonne haben. Ah, ok. Das ist ja nicht für ein Meck-Deck. Oh, das war ein Geheimnis. Den Piraten ja bei... Selten. Oh, jetzt ist der selten schon hier. Okay, plus zwei, plus zwei. Ach, packen wir eben auch schon. Zweimal. Was ist das denn? Oh, mein Glück. Gewöhnliche Wildtiere. Oh, da ist keiner was. Ah. Okay. Oh, das geht jetzt nicht. Was ist das denn? Oh, ich muss jetzt erstmal die Farblosen aufhören. Verstummeln halt. Schiffskanola. Ah, nehmen wir die. Wow. Legendär. Das kann was. Selten. Ewig. Eifig. Zahnradhammer. Oh, Gott. Oh, wir machen uns gleich ein Meck-Dack, ey. Oh wie ihr kommt! Oh Gotteschütt! Gold und gewöhnlich! Oh ja! Oh das hatten wir eben schon! Und... ... ... Schade, roter Läuterer. Spielt alle Diener für Trudos, welchen 2 Schaden zu. Das hier. Okay. Ah, Pirat. Pfützenstampfer. Ah, nehmen wir die. Stohle, ne? Ach, die schon wieder. So. Die Hälfte haben wir jetzt gleich. Von den Goblin-Karten. Ich habe mich nicht mehr mit. Ich bin nicht mehr mit. Ich habe nicht mehr mit. Ich bin aber nicht mehr mit. Ich hab den Weg. Wir sind hier. Wir haben jetzt den Weg. Wir sind hier. Ah, er hat nur Priester. Da ist ne seltene. Klar, machen wir hier auf. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ok. Hier ist es ein... Ich! 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 Ah! Hier. Der alte Sehmeer. Panzer Maxx, jawoll. Kennen wir schon. Den haben wir auch schon. JASUS! Ich nehme das. Das kann ja auch was. Und noch ne Runde. Fange ich hier an wieder. Ansturm und Spot. Die Schiffskanone mal wieder. Ja, das hat man auch schon. Selten! Vorusagt 4 Schaden, wenn ihr einen Mec auf dem Spielfeld habt. Der Schaden wird zufällig auf alle Feinde verteilt. Ah, den nehmen wir also rein in unser Mec-Decke dann. Wow, legendär! Alles klar! Ticker Highboard! Klivier! Ja! Mec-Wapper! Ticker Highboard! Ticker Highboard! Ticker Highboard! Ticker Highboard! Gämm! Ja, der Schützinstampfer. Ja! Kennen wir. Kennen wir jetzt auch. ein Lichtmach 2 Fernzug Den kennen wir jetzt schon Den können wir auch schon Das Ding Da kann ich jetzt was drin baden Na Sehr schön Oh, hey, hier ist mein Röschbeschild Was? Das ist auch nicht deine Harte gewesen Oh, oh, oh Okay Eigentlich gesuchen Cobra Schuss 3 Schaden zu Okay Okay Oh Gut Ist cool Aber Okay Kann auch nach hinten losgehen Vorletzte Die gute alte Schiffskanone Der Und der Druide Ah, okay Der Der Ich bin nicht der Wildziere Der 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 Opening Und wir haben jetzt ordentlich Karten Dazu bekommen Und jetzt seid ihr gefragt Und zwar Ihr entscheidet mit Sagen wir mal Bis Samstag Mit welchem helden wir ein Meck äh Deck bauen Alles klar soweit Bis zum nächsten Mal Und tschüss Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal